ich weiß nicht euren ängsten zu stellen ich habe keine lusten wer zu lange nicht flammen stein ansteigen die zurück wenn wir es wieder umkippen und in anderen dimensionen ein gutes rausgekommen einer sagt steins feuer bist du eine antwort findest wo ich bin dann hier hat er vorher nicht vergessen ich wusste dann wir wohl schon wieder eine andere dimension oder sein eigener arsch hat mich geschluckt dann vorher kann ganz schön schlucken das feuer wird dazu dann der tyrann los ist heiligtum weit was er näher los was ist hier passiert erwischt wie ich versucht habe wenn ich vorsichtiger gewesen wäre hätte ich es hier sterblich stellen das wird euer letzter fehler sein erinnerungen an versagen diese erinnerungen sind noch relativ frisch das wird der latinne da los die rastet voll aussehe das leuchte ich drehe voll durch wir müssen noch tiefer in die flammen rein rein in die flache das ist voll meter dann sind im feuer und starren jetzt wieder ins feuer und noch wenn wir nicht aufpassen mit europa dabei zerstört aber wir sind da unten naja ja irgendwann von groß ist übel gerade gesagt jetzt kämpfen wir noch mal gegen lille froh ob walter hey jo was geht hier haben wir euch gefunden aber dann hörte ich sie lachen nicht von außerhalb nachher sagt die eine olle über dieser cutscene gesehen haben fleisch zeichnete live gerettet dann kann mit einer typ hat die gerettet hatte über blut glaube ich da müssen wir in die nächste etage des hasses schwere eisentür nein nehmen wir nächsten aufzug zum hass zum feuer hat sich mein kontrol aufgehangen wir müssen uns erstellen wie sie sich in mir regt genau wie an jenem tag ich so schwanger wie ihre hände sich um meinen geist schließen wie kälte auf dass sich unsere wege wieder kreuz ich wollte einfach ja rausschmeißen wieder sehen gesagt ja ich muss ich muss auch die gegner machen schaden ja sind die so schnell ja auch ich passe darüber ich muss demo lehrer immer noch am leben ja 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 da ist nicht schon wieder dann hier macht eine motivationssprache wenn wir im kämpfen sind das ist mit den haaren von dem typ los wir sind die haare von dem daniel ja wir waren die dinge immer sofort wenn ich auch vor keine angst haben und mich nicht schämen die war doch gar nicht so dass ich ganz schön knackigen internet später noch ein finger da reinstecken ja dann gehst du in tiefen in der noch keiner vor okay wo bist du da bist du liegt auf dem tisch wie fühlt ihr euch wenn immer ihr mich braucht werde ich da sein warum sagt man hat so aggressive bei den barbara ist dann wird erwartet wenn immer du meine hilfe brauchst ich schwöre ich werde das sein wenn irgendjemand wo einen unfall hat ich werde dort wenn ihr eigenen schwierigkeiten du jetzt gras schneiden die nach hause gehst mal das kommt klar ist er vielleicht ärgere ich mich aber ich bin ziemlich sicher ist die klar hatte ich keine quest mehr übrig für das erste lässt sich ändern da kommen wir mal was wir ja so machen können ja da oben sehe ich schon ein aber das war ja leckmann mann start wir machen albtraum dann schon was haben wir denn hier endlose tore und gepeinigte ruinen habe ich ich habe auch gepeinigte ruinen endlose tore ist haben wir noch nicht bekannt vor ich habe jetzt du altstein wo ist das gold wie alles andere auch altstein ja altstein haben wir okay ich habe hier mal das 22 erhöhte sachen die wahrscheinlich ich glaube ich habe nur sachen die wir schon gemacht haben treibender schatten monster blitzschaden monster wieder stehen verbrennung und trankbrecher irgendwann kommen wir nicht daran vorbei dann haben wir alle dann schon ist dann ja dass wir die sowieso da bild machen ich weiß nicht ob man die bezeichnung trankbrecher irgendwie gefällt gepeinigte ruinen habe ich auch 22 auch kein wort für druide trankbrecher monster gab angriff aus der distanz erhöhen die abklingen zeit euren nächsten tranks um 0,75 sekunden bitte was bis zu sieben sekunden nicht da gefällt mir gar nicht noch ein geiler treibender schatten ein treibender schatten jagd spielcharaktere wenn er sie erreicht explodiert er auch um an ich weiß ich bin schon mal meine spangen zusammen ich tränke mal kurz ein schluck ich bin neu eben rausgegangen um eine anzahl zu erhöhen ja warte ich muss auch noch raus ich habe nur vier tränke sich gerade ich lebensmüde aber kurz sagt die oberstadt bitte ich glaube ich bin vier tränken von neun jahren hallo ich irre da kann man auch zu seinem trank hier aufhören nochmal hoch wenn eigentlich jetzt geht rein 75 solltet euch vor der kälte schützen aber haben wir schon ja ich bin aber zurückgegangen meine trinke aufzufüllen also nur vier von neun ich lebensmüde so da kann man was für horrors und sie erwarten ok mal sehen da sind schon direkt die ersten ich habe ihn gehauen wir werden ja von so einem schatten verfolgt wenn es geht danke die waren gerade diese beiden explodierenden viecher waren genau in mir gerade dann am länge er hat gemerkt beim ja auch das ist dieses ding hier in der schatten der uns verfolgt schon gefragt war da ist wenn die sterben war auf der stelle laufen aus ja so leichtes connect irgendwann noch mal schnell noch ein paar sachen hier kalt nicht kaputt machen nein kann man nicht ich bin kein fan wer schwingt das schon wieder hast du bist du elite ich muss machen die kann man nicht angreifen und gegen das spiel bitte auch wenn zu lenken alter ja ich bin auch nicht aber das hat die wieder zu überleben also man komische schatten ja ich habe euch ausgesagt ich habe so getan als würde ich wegrennen damit voller neuere gesicht rein gerannt noch einer und der ist wieder tot hier ein tor von oblivion jetzt werden wir in zwei verschiedenen orten gebracht und jetzt eigentlich von meinen titel dass er schon bemerkt ja noch nicht verstehen da stehen denn erisch an alle alles klar okay ich stehe eine sacke stimmt ich verstehe wir haben unseren ersten boss aber karte war das war kleinzeug hier weg geht da das schon dringend weiße rege weiße rege ich dachte wir werden rasse ich werde nicht so was von sterben ich muss ja irgendwie gerade nervig und mich da weg bewegen ja dann hat es geleckt geht aber ich wieder in position durch feuer war ich muss mal direkt für mich direkt für mich war weiter ring weiter ring ich habe ja bei mir auch ich mache ein bisschen nervig mit dem leck gerade kann ja nicht machen eigentlich sollte ich mich immer als erstes wieder belegen ich habe mir mehr aushalte ist mir irgendwas sagen dann was scheiße sagt es doch so wenig auf der stelle fucking was muss ich mir ein teleporter ein ich muss mich erst mal hier von der stelle bewegen können ich glaube hier die ganze seite wir aufnahmen eis kutsche eisrutsche alter wo muss ich den lachen zum teufel da deswegen als endlose tor stelle laufe ja gerade zwei bosse zwei bosse ja der eine muss natürlich wieder ein schild haben mein erstes freund ja das ist nervig für mich ich muss dann unter den schild runter ich will nicht mit dem ich werde mit dem kuscheln da habe ich den teleporter gefunden da habe ich ja auch mal weit hier zurückgepackt okay dann können wir nur in einen anlocken bitte um aufzuleggen ja aber man komm herr kollege komm herr kollege wo du am besten dann abschließend also ja der ist ja und dann schild also ja so fängt er ich bin schon tot ich muss ja bei dem leckwetter da auch nichts für kacke er ist auch scheiße ich glaube nicht dass da zwei worte sind oder der eine hat kein wort kreis also die stücke drückt von der minute und dann im satz sehr lange weine einer mal erledigt jetzt so ein ding hinterlassen ich habe eingesammelt ja jetzt war so schwer ist ja eigentlich gar nicht finde ich 34 wieder belegen alter ich kann so nicht ausweichen ha 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 nichts aber was man weiß wenige weiß wenige hat mich denn umgebracht krieg hier gar nichts mit sich was ich war doch nicht mal in der nähe von den botten war schon wieder das einsteht man das keine ahnung was hat ist ich muss ich stehe direkt vorhin aber greift wir an aber ich mache keinen schaden wegen dem leck ich bin noch nicht ich kann nicht angassen ha ha und dann ausgerechnet wenn wir hier drin sind er hat mich vorhin die ganze erlücken können abstädte der verleugneten was damit ja wo ist er liegt auf dem boden ich war ich habe da noch nicht aufgesammelt ich weiß ja ich habe bin aber voll nur so wissen in welchem gebiet das ist wahrscheinlich ins golden wie alles andere auch wer ist das geschraubstätte der verleugneten ich meine ich das hier ab näher mal noch nicht nicht auf und dann und dann die 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 ist oder irgendwie so hat mein internet irgendwie langsamer ist also bei mir weil ich überhaupt das spiel ist da hat sich erwischt den dicken stamm ich will einfach nur weg von denen ich werde laufer zu legen warum haben die er hat schon wieder so ein scheiß flutwellen angriffig hatte der andere ist zurückgerannt ich habe keinen chance gegen den boss er macht so ein scheiß flut über den angriff ich hasse diese kacke relativ schnell weg der haut auf dem boden und eine grüne flutwelle die mich fast man schrattet scheiß aber darauf dass er ja ich weiß dass ich will der hat nicht da stellen da kann ich sehen auf dem boden diese roten den komponen aber ich habe mich nicht bewegen ja genau die habe ich umgebracht ja dann schon wieder geleckt also ja ich sehe aber es gab mich denn dann weil ich sehe nicht was mich angeht wenn dazu an länge ist direkt oder eines was tot dann ich sehe gar nicht wo bin ich leckte übel ist gerade also ich sehe überhaupt nichts keinerlei bewegung alter ich laufe nur auf die stelle und kick schaden ja genau so sterbe ich die ganze zeit ich wieder voller energie der war gerade angeschlagen das wird doch nicht ich krieg dich doch nicht da wiedergelebt er hat er schon wieder zurück kommt jetzt genau da ich weiß dass er da ist dann danke für die report was er dicke schaden annehmen ich kann mich nicht so hinbewegen ich weg sofort wenn der angreift meine schresse geht mir das ja gesagt warum kann ich den wir nicht betäuben zum teufel ergibt sich gefälligst man diese blöden feuerkreise vorwarten da ist wenn ich so viel schaden auf einmal machen wo ich nicht darauf reagieren kann ja endlich ja ah ok 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 ja irgendwie schon ich habe jetzt schon der verlangsamt der reaktion da geht auch noch leckten vom stand mehr komplett aber ich werde gleich tot und jeder aus irgendwie weil ich sagte sich gleich tut bei mir zu voller energie da war ich ein nehmen das ist am lenken ist der schaden der kommt dann auf einmal mitten außen nicht ja ja der hat nicht an sich herangezogen ah das den koa ruinen von siebel meine last ist zu lassen man hat so lange aufzulegen renten erinnern da ist auch verwirrt sich das lecken dämon von ich da wird 5000 dämonen ein gott mit der elite gegner sind dann noch da sind noch zwei weite wir müssen die hälfte den ding gefüllte ich bin noch nicht war er schon wieder so ich treffe von jetzt nicht nur aus kollegen ich kann da nicht dahin war da ein paar reine gegen die wand gerannt man in der truhe gegner ich bin noch nicht naja ich habe den anderen basse getrögt was auf der tausend wellen angriff ich weiß das ist ja nicht gesehen übermütiger na ja mein eigenes dringend obwohl ich liebe den sound defekt unter dem scheiß schilder ich bin noch nicht ich kann mich nur ein gewinner zumal gibt und soll wir haben den irgendwie nach lang also wir sind ja schon der nächste ich komme nicht an die türe vorbei da habe ich von hinten an ich sehe wie meine hp auf halbe vier hälfte runter sind dann war ich trank krank 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 ja nicht mehr viel Oh Father Haha Okay Gut Irgendwo ein Naja Aber Schreien der Druckwelle Oh ja Ich sterbe noch nicht mal ehrlich Ich gehe schon mal durchs Portal Vielleicht krieg ich noch jemanden mit der Druckwelle kaputt Ich bin durch das Portal oben rechts gegangen Achso Da kommen wir wieder zum Anfang zurück Ich dachte ich würde da wieder zu so einem Gebiet kommen mit ein paar Bosse Da wollte ich die Bosse mit der Druckwelle kaputt machen Da war ja Da warst du wieder ein bisschen zu gierig Deswegen Leck Ja Ich sage alle schlechten Spiele Ihr seht euch mal irgendwie So für mich ist das Spiel die ganze Zeit Nur ohne lecken Ja Ich bin schon fast da am Portal Ich laufe nur ein bisschen hin und zurück Ja Da sind nur normale Gegner Also Mein Gott wie der Balken Einfach zurückgeht Und er lädt sich auf Und dann geht er wieder Beim Teleportieren Beim Teleportieren Nee Aber Da sind Gegner Macht ihr erstmal Platz Probe ich jetzt da du tot bist aufzulenken Spaß Das bleibt immer noch Okay Aber irgendwie müssen wir nochmal zurück Weil sie sind keine Bosse glaube ich Es läuft Nein Ja Ja Ich bin Schnell Ja Unbe war Ja 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 Chaos Ja ist er denn ich war nicht bereit wir sagen noch zurück durch das portal wieder nehme ich an aber die tür ist ja noch nicht auf wir müssen wir den balken nachfüllen ok anscheinend ist ja noch nicht voll ja da unten links das war noch lang man kann damit dem länger war mal aufhören hallo angefangen seitdem dann nicht mehr rein sind letzter ort wo es am muss lenken sollte von sich nein gefällt mir jetzt schon geil wir kriegen jetzt hier wieder sowas auf die fresse ereignisse in einem altkommigen das war noch nie was gut ist und jetzt schon wieder aufrechten bitte nimm schaden oh gott verlegt dich direkt her aber ich bin noch nicht oh mein gott ich greife an die nehmen kein schaden aber was hat mich denn umgebracht ich habe doch meinen trank genommen ein pass auf ich bin tot ja ich weiß ich weiß nie was ich habe gesehen ich nehme einen schaden ich nehme einen zack tot ja der ist natürlich noch einer beliebt die er drei belieben ja wieder mein wieder kommt dann noch ich rutsche um den ganzen wort herum wiederbeleben ja der rassische schütter der guckt mich an und der will mich wieder beleben ja erst mich dann die tue ich war dann ja noch mittlerweile gewesen und dann gehen wir mal zurück zum tor gehen doch mal von ihnen dann eingesammelt hier diese animus wird auch immer die hinterlassen haben was hinterlassen na ja muss man einsammernd ist nichts mehr damit animus von animus trägern und dann habe ich irgendwie so drei viertel von dem ding fertig auch ganz ruhig da ich komme nicht durch diese zu hören durch eine prächtige truhe irgendwie als spiel neustadt oder irgendwie so hat kann aber ich habe keinen bock jetzt noch ein paar stunden so zu spielen nicht mehr zum heiter geht okay dann gehen wir mal zur tür auf die öffnen können ok waren wir noch nicht immer über hier vor karte hallo ich bin noch nicht bereit sterb bücher steht ist na überhaupt verpasst haben ist durch den leckern wenn ich nur amin ist ich würde jetzt raten der kollegen ja nur so dinge wie wir nicht aufgesammelt wahrscheinlich karte haben wir komplett aufgedeckt oder gibt es allerdings ja wo du gerade bist und der leckte ich nicht schon schlimm genug ist gott ich bin noch nicht bereit hallo kann man die dungeon weiter machen wir haben sind schon fast fertig ja keine lust mehr ich nehme an der ist durch den leckner haben wir verpasst dagegen geschiffte ha da muss ich den ganzen lecker durchgekämpfen dann kommen wir trotzdem nicht weiter ja irgendwie blöd aber sie auch nicht da werde ich den teleporter hier schufte er hat seinen ganzen weg hier durchgekämpft ich bin noch nicht bereit nicht genug an die muss um die so ohne zu füllen also wieder hat so ein braach ich muss warten na gehören wir da raus ich bin ich dann spiele ich noch mal neu starten oder irgendwie so was ich wieder raus der letzte blöde na so machen okay ich kann euch auch nachdenken na 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 n nein und 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 und